Was würd ich tun? Ich einen Tag unsichtbar in Berlin würde kosten aus allen Filmen. Mit welchem Style würd ich gerne in die Badewanne? Sean Penn. Weil ich ihm viele Fragen stellen würde. Berufliche Fragen. Mich würde interessieren, wie er arbeitet, wie er sich vorbereitet. Nein, er ist kein Idol, ich schätze ihn einfach als Schauspieler. Warum haben wir da Busfahrze? Weil ohne hätte es scheiße aussehen. Wenn Schnee, wie ich weiß wäre, würde ich sagen, schwarz wäre. Ein großes Ziel ist, glücklich zu sein, zufrieden mit mir und meiner Familie. Der Soundtrack meines Lebens ist von dem Film The Trade Story, David Lynch. Ja, ich habe genug Zeit, um nachzudenken. Das ist manchmal hinderlich. Das ist manchmal hinderlich. Ich habe auch weniger Zeit, da ich abeite. Ich habe auch weniger Zeit. die ich selbstern kann, schwarz mit dir mit der Technik. Das ist manchmal halt. Noch ein Video. Ich habe mich nachschолнen. Mal ein bisschen Zeit. Ich bin auch nicht.